Willkommen auf meinem Gartenkanal bei Janus Moratti, bei den exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht, um beide heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut in Kanal-Info, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt. Und schaut auf meinen TikTok-Kanal vorbei, schaut bei ihr vorbei und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonniert ein welches Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und tut den Kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Live-Screens mehr und keine YouTube-Shorts mehr und keine Videos mehr. Und tut den Crashpost 3 auf ihrem YouTube-Kanal und auf ihrem TikTok-Kanal abonnieren und folgen. Bitte danke! Und heute haben wir den Gewürzlorbeer und Topfen. Das zeige ich euch jetzt. So, jetzt haben wir da einen Topf. So, der Topf passt. Jetzt haben wir da Erde hinein. So, passt, passt, passt. Sicher müsste ich jetzt wieder was hinausholen. Jetzt glaube ich schon. Jetzt können wir mal den Sack unterdrehen. Und dann hole ich euch mal mehr Pferd an. So. Eine Hand noch. So, passt. Jetzt sollte es passen. Die Erde. Jetzt können wir mal ausdopfen. Und jetzt machen wir mal eine Gruppe. Und jetzt machen wir mal eine Gruppe. Und jetzt machen wir mal eine Gruppe. Dan mach ich. Und dann machen wir mal Erde drauf. Du, Erde. Da. So. Jetzt team wir mal Erde. jetzt mal ein bisschen festdrücken, das ganze jetzt haben wir noch ein bisschen erde drauf jetzt Jetzt lässt er das Erde noch drüber und jetzt darf man den Scheiß angießen. Jetzt darf man angießen, da haben wir schöne Hibiskus Pflanze, den darf man auch mal bald umtopfen gemeinsam. Jetzt gehen wir zurück zum Lorbeer, jetzt darf man den Scheiß angießen und bisschen gerade machen. Er steht schief. Jetzt darf man den Lorbeer Scheiß angießen, dass Scheiß nass ist und dass er Scheiß durchwurzeln kann. So, über die Blätter kann ich auch ihn gießen. Jetzt warten wir ein bisschen bis das Wasser einsenkt und jetzt kann man nochmal angießen. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, schaut in die Videobeschreibung, schreibt es mir gerne in die Kommentare, schaut Kanal Info, schaut bei i vorbei und am Ende des Videos kannst ja drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Bis zum nächsten Video der Gärtner Janus Moratti. Tschau tschau tschau. Tschau tschau. Tschau 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 tschau. Untertitelung des ZDF, 2020